So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Das letzte Mal hatten wir eine interessante Urlaubsreise mit Tsunade hinter uns gebracht und ähm, ja, wir sind nun wieder an dem Punkt angelangt, in dem ich schon wieder keinen Blasen Schimmer habe, was wir als nächstes tun können. Ich hab mich jetzt gerade nochmal, wirklich hier überall nochmal umgesehen, oder... Ich weiß ja nicht, ich meine die letzte Aufnahme ist auch wieder schon richtig, richtig, richtig lange her an der Stelle, also ab hier beginnt die neue Aufnahme, ist ja schon zur Info. Und ähm, ja, was kann man denn überhaupt hier erledigen? Wir haben zwei Missionen, wir haben zwei Missionen, ähm, äh, wer ist relevanter, Shikamaru oder Ino? Äh, Ino, die kostet den Bonus, hier! Wie war's denn? Ich hab dich nicht gesehen, wie du dich aufzulegen? Hm, ich kann dich sagen, immer dass ich nicht so sagen kann. Ich bin, es sei denn, wie ich eigentlich nicht, wenn du dich so sagen wachst. Ich denke, dass du dich wünscht, du dich nicht so sagen kann. Na, du hast es nicht gesagt? Das ist schon so cool. Nein, 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 nur ich kann das nicht. Das ist ja, wie ich? Aber ich würde mir nicht mehr, von mir beinhalten? Sie sind eine Wälder, die wir nicht verletzen? Nein, wenn ich das nicht gesagt habe... Dann hast du das Recht. Also, du hast du den Hushbana für deinem Umgang. Dann kannst du es dir an uns ... ... und du hast es. Ich habe mich schon gefragt, aber es ist schon so schwer, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich weiß nicht, ich weiß nicht so, dass ich mich nicht so fühle. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, wie ich es nicht weiß. Aber ich weiß nicht, was ich? Dann müssen wir die Worte hervorheben. Dann können wir es mir selbst machen. Das ist einfach so, dass ich die Worte hervorheben. Ich weiß nicht, dass ich die Worte hervorheben. Ich weiß nicht, was ich die Worte hervorheben. Ich weiß nicht, ob ich das nicht so gut bin. Ich bin schon viel zu viel zu tun. Aber... Ich glaube, dass die Räume auf dem Kussagakure-Holm sind, die Räume sind ziemlich großartig. Ich glaube, Räume sind? Ich glaube, ich werde da gehen. Ja. Drama, Drama, selbstsüchtiger Taten. Gib Inos Marotte nach und sammle die Blume, die sie haben möchte. Ihr zufolge gibt es seltene Blumen Richtung Kusa Gakure. Scheint aber eine easy Mission zu sein. Okay, deal. Dann, äh, Kusa Gakure. Ich hoffe, ich kann mich da hin powern. Ich hab keinen Bock, zu Fuß zu gehen. Ähm. Also, Kusa Gakure ist ja da oben. Würde ich mal sagen, wir fangen hier ab den Himmelskreuzpass an. Da ein bisschen herumzugucken. Also dann. Möge die Suche begehen. Warte, geht's eigentlich von hier aus heute? Das ist ja gerade direkt zur Tenshi-Brücke, ja? Ähm. Let's see. Wo finden wir hier unsere sexy Blume? Die sie so sehr haben will. Da ist sogar jemand. Ich geh mal davon. Wobei. Das sieht aus wie ein... Oh, das ist wieder lange her. Da ist wieder so ein Holzklon. Nein. Du Kackboy. Ich wollte was sammeln. Egal. So, wie auch immer. Es wird Zeit, euch wieder den Chaos zu machen. Äh. So. Luftangriff auf Doom. Äh. Oh Gott. Die hatten aber wirklich viel aus. Warte. Dann müsste ich das wahrscheinlich damit wenden. Tschüssi. Dankeschön, für dass ihr sterben durftet. Alles klar. Also, zurück zum Wesentlichen. Ich will nur diese Teile jetzt zerstören. Mein Gott. Was war daran bitte so schwer. Alles klar. Aber in diesem Fall hätte ich dann... Hätte ich wirklich dann jemand anderen mitnehmen können. Aber okay. Sei gegrüßt, du Holzklon. Ja. Eigentlich brauchen wir den ganzen Dialog nicht nochmal durchzulesen. Aber wenn man halt schon so zurückblickt. Also, das ist schon wirklich viel zu lange her, seitdem wir mal wieder einen Holzklon verkloppt hatten. Ich meine, seit unserer letzten Jagd ist schon wirklich einiges hier vergangen hier. Aber okay. Darauf gehen wir mal ein und verkloppen den guten äh... Sasori hier. Also dann. Dann, äh... Gehen wir kurz weg. Oh Gott. 2D-Kampfsystem. War auch wieder eine... Nicht so lange her, aber... Ja. Ich muss mich wieder an das ganze Zeug hier gewöhnen. Äh... Nein. 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 Oh, wie ich da einfach nicht ausweichen konnte, oder? Nein. Geh mal kurz weg. Oder auch nicht. Geh ich halt weg. Und friss meine Fubashuriken. Die er natürlich locker einstecken konnte. Oh. So. Oh. Also, ganz ehrlich. Man merkt manchmal wirklich, wie hartnäckig einige Holzklone hier werden. Äh... Ach, aber... Wir hoffen mal nicht, dass wir 69 Jahre wieder bei einem Fight hier brauchen. Also, geh mal kurz weg. Und ich brauch Chakra. Ich brauch Chakra. So dringend, ey. Nein. So. Hauptsache, wir können wieder unsere ultimative sexy Combo auf Bombo einsetzen. Und schmeißen sie natürlich wieder runter. Äh... Wäre nicht schlecht, wenn ich vielleicht noch genug Chakra für ein Ultimate-Use habe. Nein. Nein, 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 nein. Nein, ich will nicht mal diese Technik einsetzen. Nein! Würdest du mal vielleicht kurz mal weggehen hier? Dann halt das hier. Oh, danke. Danke, danke, danke. Oh, und diese Zahn-Kombo ist aber wieder ein bisschen anstrengend. Von Zahn-Kombo, ich bin so dumm. Die Tasten-Kombo sind natürlich manchmal schwer, manchmal auch nicht. Aber wir haben jetzt mal die Easy-Variante erwischt. Und der überlebt immer noch, alter. Oh, ja, hier machen wir die Standard-Neutral-Kombo, die auch nichts mehr bringt, weil wir keinen Chakra mehr haben. Oh, nee! Fuck! Nee! 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 Nein! Was? Oh, fuck. Ja gut, so viel haben wir jetzt nun auch wieder nicht verloren, ne? Oh, geht einfach weg! Danke! Okay, der Doppelgänger war zu hoch. Aber gut, ein weiterer Holzdoppelgänger wurde, oder Holzklon, wurde ausgeschaltet. Ich sollte mir vielleicht auf alle Fälle wieder nochmal das Bingo Book davon ansehen. Weil wir ja wieder mal schön zu sehen, was uns eigentlich überhaupt noch fehlt. Ich meine, seit dem Special Arc oder so von Sasuke, also das mit dem, wo wir halt das Dunkle und das Weiße Kapitel gespielt haben, haben wir, glaube ich, auch noch ein paar Doppelgänger gekriegt, wage ich mich mal zu erinnern, ne? Also, ja, ich weiß, dass wir ihn benutzen können. So, nein! Oh, ich drücke aber die falsche Taste. Äh, 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 da. Wer fehlt uns denn überhaupt? Uns fehlen nur noch... Hui! Sieben. Äh, 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 äh Das ist wirklich wahrscheinlich der Fall. Weil die meisten von denen beziehen sich ja mehr auf die Oto-Charaktere hier. Aber na gut, mit Ausnahme von den ganzen Akatsukis. Und ich habe die Blume, glaube ich, gefunden. Kann ich sie ab? Nein! Oh, meine Fresse. Da werden wir doch nur eine Blume abholen und dann wird man heftig von hinten geschlagen. So, aber jetzt haue ich euch weg. Und weil ich keinen Bock auf eure Lebensleisten habe, machen wir das hier mal ein bisschen kurz und schmerzlos. Nur du kannst nicht die Kombo. So. Und da kriegt ihr noch die Shuriken ins Gesicht geworfen. Eine schöne Gesichtsmassage, so wie wir es präsentieren wollen. Gut, kann ich jetzt die Blume haben? Oder was auch immer das ist. Das war nicht die Blume! Fuck! Aber okay, Tagebuchseiten sind auch Tagebuchseiten. Dann gehen wir mal weiter. Sollte es vielleicht im Sonderstellefeld sein? Keine Ahnung, irgendwo wo es halt wirklich eine große Wiese hat. Ich glaube, es wird... Oh, hier. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass einer wieder heftig gemobbt wird. Also, ich sehe da sogar schon noch einen Holzklon, aber ganz weit hinten. Das bedeutet, bevor wir die Mission machen, würde ich gerne noch einen Holzklon hier besiegen, damit ich den ganz weg nachher nicht nochmal machen muss. Äh, geht mal weg. Ich will außenrum durchgehen. Ich will außenrum durchgehen. Ich will außenrum durchgehen. Und unser nächster Holzklon ist... Kabuto! Ironisch, dass du hier bist, aber okay. So. Als nächstes machen wir jetzt auch den guten Kabuto fertig. Dann ist in unserer Liste nur noch wenig Platz übrig. Für die Leute, die halt noch fehlen. Oder die... ja, generell. Also, dann schauen wir mal nach, ob wir gegen den guten Kabuto nicht sofort verlieren werden. Oder er sich zumindest nicht so richtig unveranstellt. Aber wenigstens sind die Kampfbedingungen dann nicht so irgendwie gefördert oder so, dass wir nachher noch Sachen ausführen müssen. Aber, gut. Aber, der Kampf fängt schon mal richtig spektakulär an. Bitte! Nein! Nein! Nee! Kann's gehen! Nein! Du kannst gehen! Danke! Und bitte, nimm doch mein Odama das Ding an, okay? Wäre das okay? Danke. Gut. Dann würde ich gerne noch einen Neutral-Kombo hinhauen mit einer Kombo-Attacke. Oh, der hat es natürlich vorausgesehen. Nee. Nein! Oh, ja, jetzt habe ich natürlich wieder keinen Schalker. Äh, wartet. Ich will das Ding hier kaputt... Nein! Wieso ist das Ding jetzt weggegangen? So. Nein! 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 Geh einfach weg! Oh, Kabuto! Kabuto, please! Wir haben keinen Bock auf eines deiner Slaves hier dahinten. Oh Gott! Nee! Kannst du mal bitte gehen? Oh, der, der... Oh! Oh, mein Gott! Dankeschön! So! Dann, nimm mal das hier! Nein! Oh, er ist doch anstrengender, als ich erwarte! Oh! Du wärst sogar wirklich reingegangen! So, nimm mal das hier! Oh, noch nichts! Nein! Nein! Ich hab doch zugeschlagen! Was zum Teufel! Nein! Oh, Kabuto! Geh doch einfach mal weg! Nein! 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 Bitte! 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 Geh doch weg! Hier, nimm doch mein Odama das Hängern zum Frühstück, okay? Ja? Danke. Was, du sagst wie am Mittag? Nee, sehe ich anders. Ähm, nein, 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 nein. Oh, diese Kämpfe werden wirklich das fordern da hier. Nein. Friss einfach mal eine Giftbombe. Und da flüchtet er einfach. Genau, hier. Nein. Oh, nee, jetzt ernsthaft. Ich will jetzt nicht, dass du dich so oft tauscht. Äh, nein. Ja, ich muss flüchten, ich hab's verkackt. Ähm, nein. Ja, 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 und... Oh mein Gott. Okay, wir haben's doch noch geschafft. Aber nicht so einfach, wie ich es mir erhofft hatte. Aber egal. Oh. Ja, du hast großartige Arbeit geleistet, werter Herr Naruto. So, aber... Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir uns jetzt wieder hier aus dem Fenster weit lehnen können. Nein, nein, das dürfen wir natürlich nicht. Denn es gibt natürlich noch einen Boy, der angeblich Hilfe von uns braucht. Und, äh, ja. Oh Gott, aber... Allein die Tatsache, dass wir auch schon bald altig alles vollständig haben. Weil, so gut ich weiß, haben wir von den Social Quests und generell die Special Quests... Also, es wird wahrscheinlich noch eine letzte Special Quest geben. Hält mir eigentlich sogar schon fast alles durch. Also, ja. Oh, es ist der Händler, wie ich's mir gedacht habe. Hier, kommt schon! Ich bin hier, um zu helfen! Ich bin hier, um zu helfen! Ah, so gerne, bitte! Tö, aber... Da ist die Zeit... Ah! Ach, Herr Schubert ist das aus dem Team von Penna, was er fast nicht? Also, wie es ihr... Also dann, wird es mal wieder Zeit der Pampaditos zu besie... Oh mein Gott, ne! Das kannst du deiner Oma erzählen, aber nicht mir! Tschüssi! Oder wisst ihr was? Es wird mal wieder Zeit dafür! Ich habe mal wieder voll Bock, ein paar Kombos hier reinzupfeffer... Das war enttäuschend. Ich weiß nicht, mit dem Modus können wir auch nicht mehr so viel machen. Ich meine, wir ziehen wirklich viel zu viel Damage ab. Aber egal, wir haben es durch. Spawnen! Das war's für heute. Das war's für heute. Es ist schwer, wenn man den Tauzok in den Tauzok verletzt hat. Ja, aber ich habe es geschafft, dass ich diese Worte zu retten habe. Na, diese Worte ist eine珍weige Worte? Was ist das, was du? Das ist doch sehr schön! Das ist eine sehr schöne Worte für ein Jahr, nur für ein Jahr. Das ist eine sehr gute Worte. Deshalb ist es, dass es eine große Worte aufzunehmen. Oh! Ich habe jetzt eine Worte für ein Jahr, und heute habe ich eine Worte gefunden. Ich habe gesagt, dass ich mich nicht so fühle, was ich so fühle. Wenn ich mich so fühle, dann würde ich mich so freuen. Wenn ich das zurückkomme, dann würde ich mich sehr freuen. Das ist doch so. Na, Ogg, diese Hanna ist doch nur ein Rund. Aber diese Hanna... Ich will, dass ich die Hände in den Händen möchte. Das ist ein Händen, aber das ist wirklich gut. Ich habe es geschafft! 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 Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Ich habe es gesagt. Das ist gut, dass die Wunschung der Wunschung ist. Okay, ich werde den Wunschung anbieten. Ähm, jetzt mache ich mir da ein bisschen Sorgen bezogen auf die Blume. Was hatte der Händler gesagt? Was wird mit der Blume passieren? Äh, Eno, bitte sagt, dass die Blume normal ist. Bitte. Wohin geht's! Wohin geht's! Es ist so gut! Tja! Was ist das? Was ist das? Bist du... Das ist die Blume des Blumees. Was ist das Blume des Blumees? Das Blumees ist eine Blume des Blumees. Das ist nicht so, was ich? Das ist nicht so, was ich? Das ist nicht so, dass ich hier rausgekommen habe. Das ist nicht so, was ich? NARUTO! Wow! Wie kann ich meinen Wettbewerb machen? Ma, 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 warte! S-Sonyi, ich werde einen neuen Wettbewerb machen! Das ist doch schnell! Ich verstehe! Das haben wir gut gemacht, Leute. Das haben wir wirklich gut gemacht. Also... Sunagakura. Ich hoffe, der Item-Boy-Star. Wir brauchen seine Hilfe. Vielleicht können wir noch eine Blume holen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber okay. Der Verkäufer, der sollte ja eigentlich in der nächsten Map da hinten sein. Also mal ganz ehrlich. Ich meine, gewisse Blumen... Ich bin nicht würdig bewandert, damit die Kenntnisse dafür zu besitzen. Aber wenn gewisse Blumen würde ich so schnell verblühen? Ich meine, eigentlich war das ja nur ein Teleportsprung zu... äh... von Kusakakura bis nach Kono. Aber natürlich muss man ein bisschen realistisch bleiben. Und dahinten ist ja da schon der Verkäufer. Hello, I need your help! Ich meine, Ocakura bis nach Kono. Oh ja, was hast du so schnell gemacht? Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, ich habe die Worte gekauft. Ich glaube... Ich habe es bereits gekauft. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich habe das, was ich auch immer. Was ist das? Ich sage das, dass ich es als Oshibana. Ich sage das, wenn ich es so mache. Oh, wenn ich es Oshibana ist, dann ist das Oshibana. Ich habe das Gefühl, das wird was mit dem Preis sein. Hä? 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 Also ich will ja nichts sagen, aber ich hatte jetzt wirklich mit einem Hunderttausender gerechnet. Das ist sogar noch billig. Oh ja, das will ich. Ach komm schon, guck einfach mal in deine Brieftasche rein, dann weißt du, dass du dir sowas mal gönnen kannst. Hä? 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 Ich glaube, der Verkäufer hat ja auch wieder was missverstanden, ne? Ja, it's not for the guy who we love. I mean, ähm, naja, man kann ja mal solchen Personen auch mal einen Gefallen tun, auch wenn wir eines verpasst gekriegt hätten, wirklich. Aber, das machen wir es wieder rückgängig und, äh, ja, bin mal gespannt, ob wir Ino jetzt diesmal vom Hocke hauen können und wir auch vielleicht eine Belohnung voll in ihr kriegen können, was unserem Preis hier wirklich entspricht. Aber okay, wir werden ja mal sehen, was sie jetzt dazu zu sagen hat. Vor allem, sie hat uns sogar schon, man hat uns sogar schon die gepresste Arbeit abgenommen und vielleicht können wir da uns, äh, können wir da vielleicht sogar noch eins oben draufsetzen. Also, hier. Das ist für dich, werte Ino. Buch des schönen Jahreszeiten erhalten. Okay. Ah, das ist der Skill. Okay. Ich, ich hab's jetzt gerade wirklich nicht verstanden. Was war das nochmal? Aber das ist scheinbar ein Jutsu. Okay. Ha, 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 ha. Ich fühl mit dir, Naruto. Ich fühl mit dir, Naruto. Aber, an dieser Stelle würde ich auch mal sagen, wenden wir den Part erstmal und ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, könnt ihr das Video doch gerne bewerten und ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem heutigen Part haltet. Im nächsten Part werden wir uns mal, werden wir uns mal ansehen, was Shikamaru für uns hat. Das scheint wahrscheinlich die nächste Social Quest zu sein. Und, äh, ja, bis dahin, tschüss, tschau und bis zum nächsten Part, Leute. Adios! Und, äh, ja, bis zum nächsten Part.